Drei Cocktail-Rezepte, die ihr auf keinen Fall probieren solltet. Limettensaft, Mayo und Ficken. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Shaker. 4cl Limettensaft, 10cl Ficken und ein guter Schuss Mayo. Das wird bestimmt richtig cremig. Da kommt jetzt Eis rein und jetzt wird es geshakt. Da kommt jetzt unser Ficken-Limetten-Mayo-Shake rein. Optisch richtig gut. Riecht komisch. Schauen wir mal, wie schmeckt. Warum? Warum? Nein, tut es nicht. Das ist so ekelhaft. Niemand Ficken könnte es retten. Weiter geht's. Ficken, Zitronensaft und Balsamico. Ein Schottglas, Zitronensaft und Ficken. Balsamico, der toppt das Ganze noch ein bisschen. Prost. Sauer. Sehr sauer. Ne, lasst die Finger davon. 1 von 10. Weiter geht's mit euren verrückten Rezeptideen. Diesmal Karottensaft mit Ficken. Ahornsirup. Karottensaft, Ficken und Ahornsirup. Los geht's. Also, wir fangen an mit Glas voll Eis. Da brauchen wir erstmal ein bisschen Ahornsirup. Saft von der frischen Frühlingskarotte. Sagst du, das wird ins neue Ingetränk 2024. Und dann Ficken. Zum Wohl. Fantastisch mittelmäßig. Der Ahornsirup passt da gar nicht rein. Die Karotte und Ficken akzeptiere ich, aber der Ahornsirup nein. Der Ahornsirup. Die Karotte der Erieupbare. Der Ahornsirup. Vielen Dank.